Oh la la! Merit schön Ballerina Suki von Desamino, sitzt wie angegossen und sieht mit stylischer Kroko-Blick alle Blick auf sich, in der Freizeit, im Büro oder beim DL und Suki mit Kroko-Details von Desamino hat aber noch mehr Komfort zu bieten. Das coole Rimmchen gibt den Ballerinen nicht nur einen besonderen Look, sondern zaubert auch einen sicheren Halt, ohne Druck auszuüben und die rund zulaufende Spitzenform schenkt einen zählen nötigen Platz und die Bewegungsfreiheit. Innen und außen ist Suki aus hochwertigem, weichem Leder gearbeitet und verwöhnt auch festere Füße mit seiner Weichheit und die Hallux-Stretchzone, man sieht es von außen jetzt nicht so, aber sowieso alles so weich, die innen und den ganzen Vorfuß eingearbeitet ist und das auch noch ohne störende Leder geben dir besten Komfort und das ist ideal bei hallux-unsensiblen Füßen. Und was mir persönlich immer so gut gefällt bei Desamino, die Einwegesohle kannst du gerne tauschen, wenn es notwendig ist, aber du stehst natürlich auch auf unserer Sohle sehr fein. Ich kann nur mal sagen, heb dich mit dieser weißen Ballerina von Desamino, von der Masse ab. Kleine Ballerina, große Liebe, viel Spaß beim Shoppen, eure Biggie.